Die Zeitungen schreiben, dass ihr eine Audienz beim Kaiser hattet. Ist das wirklich wahr? Ja. Du warst bei Kaiser Wilhelm, ja? Ja. Und wie war er? Der Kaiser hat Angst. Wie kommst du denn darauf? Konnte man sehen. Der Kaiser hat keine Angst. Vor wem denn? Vor nichts und niemandem. Freddy sagt zum Kaiser, die Herrera und Nama erwarten eine Versicherung, dass seine Majestät den Frieden mit uns halten will. Eine Antwort hat der Kaiser uns aber nicht gegeben. So sprecht ihr mit dem Kaiser? Friedrichs Vater ist ein König. Was für ein König? Samuel Maharero. Anführer der Herrera. Er hat uns zu Kaiser Wilhelm geschickt. Deshalb hast du Friedrich überredet, keinen Ärger zu machen? Damit eure Audienz nicht in Gefahr gerät? Genau. Droht denn ein Krieg bei euch? Ihr nehmt unser Land weg. So dürft ihr aber trotzdem nicht mit dem Kaiser sprechen. Warum nicht? Aus Respekt. Was ist Respekt? Etwas, was ihr offensichtlich nicht habt. Halt! Ich möchte doch eine Fotografie von dir aufnehmen. Warum? Weil dein Professor das sagt? Nein. Damit ich eine Erinnerung an dich habe, wenn du wieder weg bist. Ich bin re Die Erinnerung scheme. Und ich bin traurig. Vielen Dank.